219 US-Kriege im Vergleich zu Russland, China, Iran, Deutschland. Wer immer die roten Fäden der US-Wahl und Kriegspolitik durchschaut, hat von Anfang an auf Hillary Clinton als erste Präsidentin der USA getippt. Warum das? Weil sie wie keine zweite Menschen auf Erden dazu bereit ist, dem blutrünstigen Kriegsgott ihrer Vorfahren vollendende Abschlussopfer zu bringen. An letzter Zielsetzung wird sich auch durch eine allfällige Wahl von Donald Trump nichts ändern. Denn Kriegsblut und Kriegszoll sind das Nutriment, sprich das Nahrungsmittel dieses vor 230 Jahren entfesselten Haupttieres. Und es schleicht sich mit immer derselben Taktik an. Obamas Antrittsrede vor acht Jahren fasst diese Tatsache auf den Punkt zusammen. Er präsentierte sich seinem Wählervolk als der Anti-Kriegspräsident. Obama wörtlich Doch Obama geht heute, nur acht Jahre später, als der größte Kriegspräsident der USA in die Geschichte ein. Er führte länger Krieg als Bush und jeder andere Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten vor ihm. Und dieselbe Anschleichtaktik wie Obama verwenden jetzt wieder Hillary Clinton und Donald Trump. Wie alle vor ihnen zeigen sie dem Wählervolk im Vorfeld ihre Samtpfötchen mit eingezogenen Krallen. Und schon wieder jubelt ihnen ganz Amerika zu. Keischen alle ihre Fans in Europa. Freude herrscht auf beiden Seiten des großen Teiches. Auch die Massenmedien überschlagen sich einmal mehr mit überlauten Lobeshymnen. Und wieder einmal verspricht dieselbe anschleichende Spezies geradezu den Weltfrieden. Doch handelt es sich wie immer um eine Haupttierspezies. Dass dies so ist, sieht man an der Vorgeschichte. Hillary Clinton dürfte die zurzeit größte und ernsthafteste Gefahr für den Weltfrieden sein. Denn es war Hillary Clinton, die schon den Irakkrieg unter George Bush Jr. mit glühendem Eifer unterstützte. Als Hillary Außenministerin von Barack Obama wurde, spielte sie eine Schlüsselrolle bei den NATO-Angriffen auf Libyen. Hillary Clinton hat sich bereits als Ärztfeindin des Iran zu erkennen gegeben. Sie sagte schon 2008. Wenn ich Präsidentin werde, werden wir den Iran angreifen. Alle Antikriegsaktivisten haben ihr diese Worte nie vergeben oder gar vergessen. Mit dieser unverändert feindseligen Einstellung steht sie nun einen Schritt vor ihrer Präsidentschaft. Hillary Clinton gilt als eifrige Lobbyistin für die Interessen Israels. Die Familienstiftungen der Clintons erhielten Millionen Spenden aus Saudi-Arabien und anderen Golfstaaten. Aber auch die Atommacht Israel und die Saudis gelten als Erzfeinde des Iran. Sie sind zu einem Krieg gegen den Iran bereit. Hillary hat sich auch längst als Unterstützerin von militärischen Erstschlägen gegen potenzielle und tatsächliche Feindstaaten profiliert. Auch wenn ihr scheinbarer Gegenspieler Donald Trump derzeit noch perfekt seine Rolle als Isolationist spielt, darf man nie vergessen, dass die beiden Endkandidaten schon immer der gleichen Raubtiergruppe angehörten. Nur mit unterschiedlichem Fellmuster. Sie bilden stets gleichsam nur die zwei Seiten von ein und derselben Münze. Das ist ja der Trick. Wann immer versehentlich echte Gegenspieler wie die Kennedy-Brüder an die Macht kamen, machte man kurzen Prozess mit ihnen. Laut Recherchen des investigativen US-Journalisten und Pulitzerpreisträger Seymour Hirsch ist Hillary Clinton auch verantwortlich für eine Geheimoperation im Jahr 2012, in welcher Sarien aus libyschen Giftgasbeständen mit Hilfe der CIA nach Syrien geschmuggelt und dort von islamisch getarnten Terroristen eingesetzt wurde. Der Giftgasanschlag wurde später der Al-Assad-Regierung in die Schuhe geschoben und sollte als Vorwand für eine Militärintervention der USA dienen. Nachfolgende Liste zeigt die US-Kriege der vergangenen 230 Jahre im Vergleich zu den überall gefürchteten Ländern Russland, China, Iran und Deutschland. Jeder Betrachter dieses Vergleichs entscheide, welche dieser fünf Nationen die gefährlichsten Raubtierzüge aufweist. Denn die US-Kriege zeichnen sich vor allem durch Angriffskriege aus. In den 230 Jahren ihres Bestehens haben sie andere Völker, die ihnen nie etwas zu leidet taten, mit nicht weniger als 219 Kriegen überzogen oder diese anderweitig terrorisiert. Die US-Administration richtet, ganz gleich welche Partei regiert, ihr kriegerisches Treiben konsequent nach dem Drehbuch der ihnen übergeordneten Plutokaten aus, einzig deren machtpolitische Zielsetzung gilt. Hier folgt nun die Tabelle mit der Kriegsübersicht. Eine neue Welt hast du mir gestellt, in dieser Welt ist nichts da, was uns trennt. Gemeinsam gehen wir, erwarten was kommt, für immer bleib' ich bei dir. Du hast mir den Himmel auf Erden geschenkt, mit dir strahlt die Welt heller als jeder Stern. Ganz viele Pläne haben wir uns gemacht, das Leben wartet auf uns. Unsere Liebe, sie hört niemals auf und sie bleibt. Voller Friede und Liebe bauen wir in die neue Zeit. Nichts, niemand und nichts wird uns je diese Liebe einnehmen. Nichts kann uns trennen, hab ich geglaubt. Doch die Wirklichkeit hat sich anders gezeigt. Man hat uns getrennt gesagt, nur für kurze Zeit, dass du nie wieder kommst, hat mir niemand gesagt, dass dies für Ewigkeit ist. Wer hat es gewagt, unser Glück zu zerstören? Zu meinen, die ganze Welt wird nur euch gehören. Mit Sommer und Kriegen zerstört ihr die Welt und nehmt euch, was uns gehört. Mit Erre und Krieg, den niemand will, bringt ihr Leid und Tod über diese Welt. Es sind Menschen, die sterben, mit Naht, die gehen und Söhne, die nie wieder gehen. Mit Erre und Krieg, den niemand will, bringt ihr Leid und Tod über diese Welt. Es sind Menschen, die sterben, mit Naht, die gehen und Söhne, die nie wieder gehen. Meine Hoffnung, ein Leben hört niemals auf. Voller Friede und Liebe, baulich weiter in die neue Zeit. Niemand und nichts soll erleben, ist Trennung heiß. Schaffen wir Friede in diese neuen Zeit. Meine Liebe zu dir hört niemals auf. Voller Friede und Liebe, baulich weiter in die neue Zeit. Niemand und nichts soll erleben, ist Trennung heiß. Schaffen wir Friede in diese neuen Zeit. Wir schaffen Friede in dieser neuen Zeit. Sie erschaffen die Feindbilder selbst, unterstützen Rebellen mit Geld. Bestücken Söldner mit Waffen und stürzen die Länder in Not. Berichten von Terror-Regimen auf allen erdenklichen Senden. Sie halten die Wahrheiten aus den Bildern, bis alle Feind nach Hilfe schreien. Oh, 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 oh. Der Angreifer, der allerorts Verwirrung und Ohnmacht geschürt. Die Länder destabilisiert hat, sodass wir alle ein möglichst großes Verständnis für ihre militärischen Einsätze haben in aller Welt. Für ihre Drohnen und Chemiewaffen, ihre Minen und Panzer und ihre Zerstörungsmaschinerien. Bis alles Öl und Gold und alle Schätze endlich allein ihnen gehören. Doch jetzt ist Schluss. Wir lassen unsere Männer, Brüder, Väter und Früder nicht mehr in eure Kriege ziehen. Nie mehr, nie mehr, nie mehr. Und jetzt alles. Nie mehr, nie mehr, nie mehr. Und noch einmal. Nie mehr, nie mehr, nie mehr, nie mehr, nie mehr. Der größte Kriegspräsident der USA in die Geschichte ein. Er führte länger Krieg als Bush und jeder andere Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten vor ihm. Und dieselbe Anschleichtaktik wie Obama verwenden jetzt wieder Hillary Clinton und Donald Trump. Weil sie wie keine zweite Menschin auf Erden dazu bereit ist, dem blutrünstigen Kriegsgott ihrer Vorfahren vollendende Abschlussopfer zu bringen. An letzter Zielsetzung wird sich auch durch eine allfällige Wahl von Donald Trump nichts ändern. Denn Kriegsblut und Kriegszoll sind das Nutriment, sprich das Nahrungsmittel dieses vor 230 Jahren entfesselten Haupttieres. Und es schleicht sich mit immer derselben Taktik an. Obamas Antrittsrede vor acht Jahren fasst diese Tatsache auf den Punkt zusammen. Er präsentierte sich seinem Wählervolk als der Anti-Kriegspräsident. Obama wörtlich. Ich verspreche euch folgendes. Wenn wir unsere Truppen bis ich Präsident werde nicht raus haben, wird es das erste sein, was ich mache. Ich werde unsere Truppen heimbringen. Wir werden diesen Krieg beenden. Darauf könnt ihr bauen. Doch Obama geht heute. Nur acht Jahre später als der... 219 US-Kriege im Vergleich zu Russland, China, Iran, Deutschland. Wer immer die roten Fäden der US-Wahl und Kriegspolitik durchschaut, hat von Anfang an auf Hillary Clinton als erste Präsidentin der USA getippt. Warum das? 5. 5. 7. 6. Vielen Dank.